Ich habe es in Berlin gemacht, zum Flughafen Tempelhof. Morgen ist mein traditionelles Saison mit dem Generali Berliner Halvmarathon. Ich freue mich wirklich, nach einem langen Winter, um alles wieder zu beginnen. Die Legs fühlen sich gut. Ich hoffe, dass ich eine gute Runde habe. Ich freue mich wirklich, ich kann es nicht warten. Wir schauen, wie es geht. 5, 4, 3, 2, 1, Go! 3, 2, 1, Go! Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.